Hallo, hier ist elf und heute möchte ich euch mal zeigen, was ich heute in der Schule alles lerne. Also, hier steht Ta, te, ti, to, tu, ta, me, te, mo, tu, äh, ti, to, ma, tu, mi, mu, ti, la, to, to, ti, mu, emu, U, U, Uta, Ali, ähm, Ute, Emil. Das ist doch toll in der ersten Klasse, aber wir lernen hier nur komische Wörter, nämlich da, te, ti, to, tu, aber diese kommen in den anderen Wörtern nachher vor. Und deswegen ist es wichtig zu lernen. Heute ist aber echt komisch an Ta, ti, ti, to, ti, und ti, la, to, to, ti, mu. Jetzt habe ich euch kurz gezeigt, was ihr schon lesen könnt. Vergiss nicht, mich zu abonnieren. Tür mit Ö, euer R.